Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind seit vorgestern tatsächlich 1000 Wollfreundinnen, sogar noch ein paar mehr, ich glaube es sind es 1010. Darüber freue ich mich sehr. Und deswegen wollte ich euch von Herzen 1000 Dank sagen, dass ihr meine Videos schaut, dass wir zusammen stricken und dass ihr immer wieder einschaltet. Und deshalb habe ich mir etwas ausgedacht. Ich habe für euch ein kleines Paket geschnürt mit zwei wunderschönen Wollknollen Sockenwolle von Lana Grossa Magico und noch ein paar kleinen Helferlein fürs Stricken. Die beiden Sockenwollknäule von Lana Grossa habe ich in zwei verschiedenen Farben ausgesucht und ich hoffe natürlich, dass euch meine Wahl gefällt, solltet ihr die Gewinnerin sein. Ihr seht, das kleine Paket ist schon gepackt. Solltest du es gewinnen wollen, dann solltest du Abonnentin meines Kanals sein, dieses Video geliked haben und einen Kommentar dagelassen haben. Ich melde mich dann auf deinen Kommentar, wenn das Los auf dich gefallen ist und wir tauschen dann die Adresse über Instagram oder über Facebook aus. Jetzt bleibt mir nur noch viel Glück zu wünschen und bis nächstes Mal, deine Wollfreundin.